ok klavier zu hören hier guck mal da da die ganzen bären was ist das da rechts was da ja das ist diese wald kerze glaube ich warte mal ich wechsel hier mal was wenn wir die brauchen für irgendwas zum herstellen ist es doch besser ja die wald kerze sie blüht aber weiß die blüht weiß die würdest du erkennen als so eine wieso eine muschel die wald fahren 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 ja den nehmen wir mit das noch eine der das muss das muss mit das ist von anderen weiter nehmen mensch lass mich nicht gestorben bin ja dschungel h ja das sind glaube ich das ist ja ja dschungel und das sind glaube ich gott hier mit den schwefelfahren dazwischen ja 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 schon aber warte war ich da nicht hin nach mensch lass mich doch mal durch komme ich da bin ich jetzt am rand lang gegangen das war wieder klar die spital ist wir uns mittags zu da komme ich da doch nicht hin was ist denn hier auch hier müsste man doch da komme ich nicht hin es ist tatsächlich eine insel es war ja wieder klar es ist die insel was auch heiko geschrieben hatte wo er nicht hinkommt weiß ich nicht weiß ich nicht welche insel er gemeint hat weiß ich nicht das dauert aber noch ein bisschen bis wir das hier alles erkundet haben auf jeden fall die nächste aufnahme session wird jetzt sein erkundung aber die oase hast du nicht gefunden weil jetzt hoch die oase oasis und wir werden noch einen tag wandern müssen da müssen wir dann nach unten hier sind ob wir hier du riet erz kriege ich sowieso nicht geschlagen auch ich praktisch nicht probieren da oben guck mal was ist das was ist das hier ich brauche die spitzhacke ich weiß was das ist eigentlich ist es sowieso egal hier draußen lange wir nirgendwo reingehen so wie da jetzt ist es glaube ich gleich macht den hier ein so jetzt brauche ich die spitzhacke das ist auch dorit das große dorit quasi sozusagen gehen nicht rein und wenn du nicht ausgerüstet bist hallo ich sehe nix hier kommst du anscheinend nicht weiter gucken okay kommt man nicht weiter hier oben ist auch feierabend bist du gehen hier wieder runter das ist hier anscheinend wenn du das mail kommen wenn du jetzt links und rechts vergleichst ja ist mir oder was wahrscheinlich mehr 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 als mehr 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 ja es ist wieder mehr geworden bleib mal ruhig an dem ja ich versuche einmal rundherum zu gehen hier komme ich glaube ich nicht durch da so guck mal hier haben wir was da kommt man anscheinend von rundherum ran hier komme ich nicht ran komme ich auch nicht durch da müssen wir rundherum gehen einmal rundherum also schwefel fahren kannst du hier also schweifpulver kannst du dich ja zuschmeißen aber karte sie ist immer so klein aus und wenn du jetzt selber läuft riesig so also hier ist dieses eisen vorkommen wahnsinn weißt du wir haben am anfang gesucht wie die reisen muss noch nicht mal die höhle gehen so würde ich auch sagen versuch mal das ist marmor ja und kommt trotzdem nicht durch guck mal tatsächlich also du kommst doch da aber da ist ja sowieso für den für den winter guck hier jeder geht es hier für den winter glaube ich macht sich das sowieso ganz gut ich verbrauchte auch weniger energie ja richtig verstehe was ist das damit wir das sehen werde ich immer den baum fällen dann sehen wir das also da steht ein fass ja das sehe ich eine kohle da ist noch ein wagen hinter und ein sack und es aussieht dann wagen da war was drauf das habe ich mitgenommen irgendwas was da drauf war mitgenommen in sack flacher mehlsack einrichtung für ein gemütliches heim entferne mit axt also diesen sack kann man praktisch mitnehmen das heißt wir holen uns den da auch die go ach den da ist dein ernst da habe ich ja mit dem kram holz können wir am notfall wieder rausschmeißen das kriege ich nicht mit ist vielleicht hier wenn wir das mal was ist das hier drauf ja aber das kriege ich komischerweise anscheinend nicht das ist dahinter komme ich nicht ran also wir werden auf jeden fall hier eine lutrunde dreht hier hinten ist alles mit einer lutrunde das reicht hin und vorne nicht mit einer hier hinten ist alles makadamia nur das birne rotbaum die heid die kleinen bären diese die waren ja da vorne na guck mal hier jetzt was jetzt was jetzt was geht durch die wackeln jetzt schon die kannst du mitnehmen ja deko okay das war es schon wieder anscheinend er war hier nicht ja weil da sind so so viele bäume gerade ja was soll ich mache ich sehe nix also ein korn pro aufnahme reicht wenn zwei schon eine party das an also wir müssen auf jeden fall eine runde drehen alles ernten jetzt erst mal ein bisschen auf guck mal wir haben schon 20 uhr guck mal wir haben nicht mal die oase gefunden ja ich würde mal sagen wir sind mittendrin guck mal wir sind jetzt am unteren ende gleich von der oase würde ich sagen guck mal hier ist keine oase das ist wüste er ist doch ja doch gemacht aber ich denke mal in der oase dass man da was findet war jetzt so mein gedanke ja also hier kommt palme nach palme ist das eigentlich ein anderes holz nein weil ich heute meine güte aber nix dran ja die frage ist gibt es da was wieso wurde das jetzt heller so weiter ich herunterkomme und da ist ein brunnen da steht da wollen wir hin da 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 ist ein brief ja den wollen wir notizen zu meinem buch die sternschmiede bleibt verschollen aber ich habe einige hinweise gefunden die von einem der meisterschmiede berichten der sich in den südlichen katakomben niedergelassen haben soll er wird schon lange zu staub zu fallen sein aber wer den mut hat dort hinab zu steigen mag weitere hinweise auf die sternschmiede dort finden was ist es hier noten an der höhen sah so aus ok du hast jetzt ein buch das ist das buch was er gerade meinte glaube ich die sternschmiede alle wahrlich legionären ausrüstungsgegenstände wurden aus stern erz hergestellt und mit dem licht der sterne zum leben erweckt ihre magischen fähigkeiten übertreffen alles andere was sich aus irdischen materialien hergestellt werden kann zu zeiten der sternschmiede deren genaue standort leider vergessen wurde gab es stern schmuck und stern waffen die sternen waffen konnten das licht der sterne bündeln und so einen blitz auf ihren gegner werfen der sternenschmuck dagegen verbesserte die fähigkeiten des trägerin träger immens und waren krisenzeiten sehr begehrt es ist äußerst bedauerlich dass es keine spur von der stern schmiede gibt also musst du quasi die stern schmiede jetzt konnte ich so guten rotenblatt gitarren der feen die feen gitarrennoten wende sie auf deine gitarre an um das stück zu spielen oder verkaufe sie hast du die gitarre noch oder mussten musste man ja nicht irgendwas spielen die gitarre die gitarre glaube ich haben dann noch oder haben wir den direkt anstände ich weiß es nicht genau ich habe ja gesagt du sollst die gitarre nicht verkaufen aber du wolltest das ja ich weiß es nicht ob wir sie noch haben irgendwas haben wir okay jetzt mal rein da sind unsere freunde achtung betreten tödlich okay ja da sind die acht betreten nicht gefährlich ja da kann ich ja wieder nur zerlegen ich weiß was da rauskommt dachte ich kann es mitnehmen weißt du da ist was rauskommt da ist was stehen plan scharfe scharfe sich wie cool okay ich würde sagen bewusst sein ja da das noch ziemlich groß ist glaube ich ja würde ich sagen das nächste mal können wir ja dann mal hier so ja das problem ist dass wir den 27 herbst haben ja und wir müssen auf jeden fall eigentlich müssten auch die tiere füttern die zwiebeln sind glaube ich auch durch vermutlich vermutlich könnte im bett bleiben ja ich weiß du könntest auch im bett bleiben ja ich war es nicht mal ist aber das uhrkorn kommt noch kartoffeln auch ich halte dort zu sehen also was habe ich zum beispiel vermutet dass man so ein paar kapitän blüten oder sowas dass man die noch da einen sammeln kann ja das ist jetzt unwichtig geworden für dich ne was da über den frühlingsstrauß die könnten wir doch die sache ist ja wir können nur ein blüten ja ja deswegen da muss auch gefüttert werden ja ja sammeln wir noch fix ein das ist gut zwölf stück sehr schön gegossen wird auch auf dem sandboden ist leer da musst du da kommst du drum herum da hat sich gerade bewegt hast gesehen ja ja aber du kannst dich ja nicht darauf verlassen dass es jetzt stundenlang regnet ja das ist mal wieder berauschend so ja jetzt haben wir hier die wir müssen mal eine deko kiste glaube ich mal machen äh so haben wir davon ich nehme die mal raus hier die die ganzen dinge ich glaube in der anderen kiste ist ein bisschen mehr platz wo war jetzt die andere deko war dadurch noch mehr was suchen die pilze hier drinnen ist denn gitarre habe ich doch gesagt meines achtens nach ist da noch was ich lasse das hier ich nehme eher die mit lassen wir das auch wieder hier wird die zwiebel noch anpflanzen äh nö glaube ich erstmal nicht so ich glaube hier in dieser kiste hier hinten beim essen da ist noch ein bisschen mehr platz über die eko erstmal mit reinpacken kommt das damit rein die pilze kommen woanders das ist da die pulpe müssen wir noch denken das problem ist hat man sich unten extra damit sie auffällt so sieht er so sieht die blüte aus das können wir bis jetzt nur einen hatten wir nicht ein blumsträuß schon ein haben schon abgegeben drei mussten wir bei blumsträuß müssen das ist das problem 1 2 3 4 5 6 7 verschiedene pilze boah guck mal hier das aloe vera sali ja das müssen wir da haben ja auch nicht dran gedacht ja müssen wir unbedingt im nächsten jahr sofort wieder machen man muss auf jeden fall die sandböden gießen aber er guckt mit voller es ist jetzt zu sehen dass es mehr wird aber du kannst dich halt nicht drauf verlassen dass es die ganze zeit regnet aber es ist schon mal im gegensatz zu den anderen jahreszeiten ist merken dass es voller wird einen haben wir noch müssen wir noch mal her genau hier die bäume wir wachsen bald wieder bäume so unteren zwei das urkunden brauchen wir schon das hat mir gesagt das muss wenn es geht überleben guck mal stimmt in sechs tagen ich hoffe dass es bis dahin reif ist da haben wir ein problem wie sieht es hier aus da ist noch genug was ich nicht glaube das sieht gut aus du kriegst was nein ja nicht der dafür fahren wir noch hier noch noch irgendwas ja oben bei die bäume würde ich noch mal gucken was du da gepflanzt hast genau weil die brauchen ja jetzt doppelt bodendecker die brauchen ja jetzt doppelt hier ne das musst du immer sehen ne da brauchst du auf jeden fall höher jetzt das mal reden was er sowieso leer kommt mal mit hier ich schon was rum steht das wird mit den luten wie das echt übel oh ja das wollen wir jetzt noch losgehen nein 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 obwohl morgen müssen wahrscheinlich erst mal tiere füttern müssen ich weiß gar nicht hier kommen her die können wir jetzt füttern manu noch einen tag bis erwachsen wir könnten mit manu reiten die frage ist wir können aber erst um acht los ja ja das ist ja nicht das problem die frage ist kannst du während des reitens luten oder musst du jetzt mal absteigen das ist natürlich eine andere frage aber sie folgt dir ja auch warte mal manu wo bist du manu manu wo ist sie denn jetzt hin wo sie wenn sie schlau ist da ist sie ja in der notfall kann ich da absteigen so wir brauchen ein bisschen Futter ähm nein falsche taste so sehr schön die sind gefüttert ja die hühner sind einen tag später dran okay die sind erst in zwei tagen dran das heißt nicht morgen sondern übermorgen drei tagen fünf und fünf genau okay weißt du was wir nehmen manu einfach mit lang sie kann ja hinterher laufen dann können wir frühzeitig los ja aber ich weiß nicht ob sie dann vom gehöft weg geht wieso sie folgt jedoch vom gehöft und futtern kann sie ja unterwegs im notfall oder wir nehmen einmal heu mit so ist es ja nicht wir können ja ja wir haben ja die sense dabei notfall können wir heute sammeln ähm den eimer machen wir voll den lassen wir hier ja wir brauchen den korb wir brauchen den die sense würde ich mitnehmen wollen und auf platz vier kommt das essen dann haben wir die axt das ding äh wollen wir die schaufel mitnehmen oder wollen wir den platz unten extra freilassen ähm die schaufel ich würde die hier lassen glaube ich die brauchen wir nicht unbedingt äh dann nehmen sie mit die schaufel vorsichtshalber ja ne einmal so und so dann haben wir die axt die eimer wasser brauchst du auch nicht die brauche ich auch nicht das werden wieder zwei plätze die wir hier unten frei haben deswegen da da wessen haben ja ich würde sagen so ist ok wir gehen Wie sieht es aus mit der Hacke? Willst du die mitnehmen? Meinst, dass wir vielleicht irgendwo nicht durchkommen oder was? Ja, wir können sie vorsichtshalber mitnehmen. Ich nehme die Spitzhacke doch mit. Ich meinte zwar nicht die, sondern die Hacke an sich, weil wenn du jetzt irgendeinen Bodendecker siehst, den wir nicht haben. Dann habe ich ja die Schaufel. Dann nehme ich den Bodendecker ja mit der Schaufel auf. Den Bodendecker machst du ja mit der Sense. Nicht mit der Hacke. Damit würdest du ihn ja wegmachen. Ach ja. Deswegen. Ach nicht, ich lasse sie hier. Ich brauche den Platz. Na denn los. Ahü bis morgen früh. Bist du noch ausgeschlafen? Du kannst zu essen. Schöpferkraft ist noch. Erst einmal so. Dann einmal so. Dann bist du mehr als ausgeschlafen. Genau. Manu durfte mitkommen. Manu war ja klar. So. Hier hatten. Licht haben wir noch. Genau. Wir haben alles dabei. Das Urkond sieht schon ganz gut aus. Ich hoffe, das dürfte noch was werden. Manu hat sie verirrt. Was? Manu. Mensch. Mäusing. Komm mit. Manu hat sie verirrt. Aber der Boden wird. Er wird da. Hast du jetzt für Manu Essen mit? Wir haben die Sense dabei. Sie frisst Heu. Im Notfall können wir ihr einmal Heu geben, wenn sie Hunger hat. Das kannst du hier einfach aus dem Gras. Die Frage ist, können wir mit ihr jetzt teleportieren? Doch, das ging. Das ging, glaube ich. Manu ist erwachsen. Ab nach Waldheim. Manu. Mit. Das dürfte. Ach, nö, ne? Wieso ist Manu jetzt? Ich muss, glaube ich, aufsteigen. Verdammt. Ich werde mal aufsteigen. Manu. Das ist nicht in Ordnung, Manu. Kann wieder nicht hören. Typisch, Manu. Aber sowas habe ich mir gedacht, ganz ehrlich. Manu, wo bist du? Manu. Und jetzt noch einmal Manu, sagst du, kriege ich Anfall. Manulein. Och.